Ja, wir sehen hier, das ist dann das nächste. Jetzt müssen wir das nur mal noch drauf zeichnen, was wir jetzt dann machen. Ja, das habe ich mir eigentlich schon fast schon gedacht, dass er seine Frau zeichnen wollte. Aber ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, es fehlt nur noch eins und dann hätte ich das Spiel eigentlich schon fast durch. Weil dann hätten wir eigentlich schon alles. Ist aber irgendwie eigenartig. Wir haben da Haut, Blut, Knochen, Haare, Finger. Es ist eigentlich schon ein bisschen eigenartig. Ich glaube, ich ziehe das jetzt durch und... Also da war ich nie was. Ich ziehe das jetzt durch und hole mir das letzte Stück. Soll jetzt der Horror kommen, so viel der will. Ich gehe jetzt die Richtung, ist mir jetzt egal. Ich ziehe das jetzt voll durch. Weil mich das jetzt so gerne interessieren wird, was das letzte Stück ist. Es war einmal ein Mann voller Passion. Doch dann geriet seine Frau aus der Fassung. Ihr Gesicht war eine Qual. Sie wurde ihm egal. Sie hatte einen Mann mit Passion. In Ordnung schmutz plötzlich das Bild. Ja, das ist ja nicht ein Traumbild. Ein Rappenbild. Ja, ich kann ihn nicht durch. Ich muss abwarten. Ich muss abwarten, das ist ein Rappen, das ist schon unverdächtig, das Ganze. Ich muss abwarten, das ist schon ein Rappen. Ich muss abwarten, das ist schon ein Rappen. Ich muss abwarten, das ist schon ein Rappen. Ja. Ich schieße sie schon wieder. Aber ich muss das jetzt durchziehen. Ja, na komm schon. Also wenn man sie jetzt ganz genau anzieht, dann sieht sie nicht ganz normal aus. Ich glaube, dass er sie irgendwie getötet hat und daraus ein Bild gemalt hat. Aus Rache oder irgendwas. Irgendwas muss er was gemacht haben. Das könnte es ja nicht sein. Ja, wir sehen hier ein super... Sieht auch cool aus. Ja, dann gehe ich mal in die Richtung. Ich gucke nicht zurück. Ich glaube, das gehört auch so. Ja. Wie gesagt, ich gucke nicht nach hinten, ja? Okay, was soll das darstellen? Die Folterkammer? Ja, weil das auch ein Kind hatte. Okay, das hat sich jetzt fast gebracht. Na egal, ich gehe jetzt mal weiter. Ja, wir sehen schon, das sieht schon alles irgendwie schon komisch aus. Ich habe es auf Schleim überzogen oder was da drin ist. Ja. Tja, richtig gesehen hätte ich mir das jetzt ersparen können. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Okay. Okay. Kannst du überhaupt noch malen? Was soll ich da jetzt zeichnen? Was soll ich jetzt reinschreiben? Was soll ich jetzt rein? Kannst du noch malen? Okay. Vielleicht will ich da Ernährung bekommen, aber ich habe keinen Plan. Deswegen gehe ich jetzt einfach weiter. Hm? Ich glaube, die saß am Rollstuhl oder so. Ja, das ist dann... Oh, das sieht aber wirklich schön aus. Endlich mal eine Welt, wo es ein bisschen nach was aussieht. Und dann sowas. Und jetzt die Verwuchs, Krebs, das Haus vorliege ich dann, oh Gott. Davon muss ich 16 sammeln, dann bekomme ich eine Ernährung. Was ist so lange dauern? Öffne diese Tür! Ich muss gehen! Öffne dich! Was ist das selber wehgetan oder was? Ach so! Ach so! Ja, ich muss zu dieser Alte gehen. Na komm schon! Ich probiere es jetzt nochmal. Ach so! 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 Ich habe gar nicht gewusst, dass die Decke so aussieht. Olga. Ich wüsste, dass es etwas schönes von all dieser Verlust gekommen ist. Oh, warte mal. Ah. So, das heißt, dann gibt es noch mehr davon. Ah. Oh. Du darfst noch Dame gespielt haben. Was soll ich jetzt suchen? Noch so ein Stein, oder wie sehe ich das? Ah, okay, ich musste mal die Welt laden. Ja, eine Ratte geht schlafen, natürlich. Okay, was will ich jetzt mal anschauen? Vielleicht das Ding, was wichtig ist drinnen. Irgendwas wichtiges drinnen, was wir brauchen? Das mit den Öffnern ist ein bisschen... Ja. Da ist das letzte Stück. Drinnen ist nichts gewesen, glaube ich. Okay, ich geh jetzt mal rüber. Okay. Ich bin momentan ein bisschen schockiert, weil das Spiel ist so umfassbar einfach nur geil. Ja. Was da passiert und so. Du achtest nur auf das, was da gerade abläuft. Und vergisst dann eigentlich zum Kommentieren. Das ist halt einfach so. Jetzt kommt es mal gerade. Da oben. Ich weiß nicht, dass das jetzt irgendwie... Ja. Weiß nicht, was das mit der Dame auf sich hat. Mhm. Hm.